Griselda von Bononcini ist, glaube ich, wohl die berühmteste, unbekannteste Oper der Welt. Jeder kennt Per la Gloria da Dorarvi, eine wirklich sehr berühmte Arie, die von Pavarotti bis John Sutherland quasi jeder gesungen hat. Aber die Oper selbst, Griselda, haben wir so in ihrer Gänze nie gehört. Und deswegen habe ich gedacht, das sollten wir doch definitiv mal machen. Griselda ist eine Oper, die uns nur überliefert wurde in Druckform von Walsh. Und zwar die gesamten Arien, sowohl die Ouvertüre als auch der Chor. Was aber fehlt, sind die gesamten Rezitative. Wir haben daher beschlossen, gemeinsam mit Dragan Karolic eine Rekonstruktion von allen Rezitativen zu machen. Und so quasi diese Oper zu rekonstruieren, um sie in ihrer vielleicht ursprünglichen Form wieder aufzuführen. Und zwar die Oper, die wir so in ihrer Gänze nie gehört, und zwar die Oper, die wir so in seiner Gänze nie gehört. Und zwar die anhalterin der Kirchen, wie mit in ihnen in ihre четверterin Rufe. Und zwar die Prasseterin, wie mit Soka Kind. Und zwar die Rei! Vielen Dank.